wir sind hier auf der Milky Way Galaxy was wir kommen zurück zu Kirby was heißt das Nightmare in Dreamland Dreamland ja wir haben die Türalter das hat zu gehen wer ist der Lahmarsch ich höre du Cheater denn ich gebe hier voll Gummi tja hast du nicht mal die Kacke verloren Venone ist die Stange schön wir sind beide zu beschenken und hier zu gehen ich bin ich bin ja ich bin ich bin ich ich bin ich bin da muss man sehen Deo? Deo? Ne, klimatisch ähm, nehmen wir das mal auf, für das hier das lösen das lösen nix lösen kein Minerab das level war Scheiße ich weiß sogar wie das funktioniert wenn man das Ding zu bekommen, ich hab das glaube ich dir beobachtet echt jetzt? Wie denn? das ist das Kale zeig ich den gleich bist du so kalt oder wie? ne ne wie war das? wow du fällst doch eh wieder so ein Goku warte mal sie sehen halt aus wie sein Goku nein, guck mal, das Bild auch in das doch ne oh du Penner jetzt sind wir unten auf das bald Bild gucken müssen sie hast uns zum Goku in der zweiten Klasse oder in der ersten Bild guck nein, bisschen besorften das ist K1 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 das ist K2 das ist K1 das ist K1 die 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 das das heißt natürlich alles so schützt es ist schlitz war das ja um 1 Uhr nachts und da kann man das nicht machen da kann man vielleicht noch Schinkenwurst essen oder Schenkenwurst das ist das ist die Schnauze der Läder an den Schnauzen das ist so der Läder das ist doch immer noch ein Starwood Lied ich hab mich nicht erwischt so schlecht geht es doch nur was? 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 genau so ist es mir auch passiert so ein schlechter Avatar JA! Betrug! oh das ist ein bisschen anerkannt das ist ja schon mal wie so ein Goku abends ich hab doch noch getrönt wieso denn ich? ich will mir das gerade aus böse sagen du bist so lieb zu mir der war stark der war zu stark ach so das geht runter das geht runter nein du bist so ein Arschloch was hat der Kollege immer gesagt? HUNTIC nein das hat sie nicht Mauer das ist so ein Schuh du bist so ein Schuh das ist ja so ein Schuh du bist so ein Schuh du bist so ein Schuh Prozent und das ist für Kinderrechte jetzt schießt er mich ja wie geht das das gilt so weiter Bildung der Unlogischkeit das geht auch die Päschende zum anderen stehen röss würde er gut mit die oder noch So, wie machst du das jetzt? Ja, ich. Darf ich nicht noch mal am Weg stehen. So, jetzt aber. Das geht doch gar nicht. Das geht doch mit Feuer. Man muss da oben stehen bleiben. Wie der? Ich hab Laser. Ja, genau mit dem. Ja, der Feuer geht ja durch. Du musst ein bisschen näher dran. Du musst dann nicht nutzen. Das ist vollkommen Ich hab aber die moderne display Eleganen Ist vollkommen hat noch mal die Schnauze Hat noch mal den schönen först ja so geht das schon mal gar nicht jetzt sind wir einfach Feuer hier neben mir ne der ist grün wer sagt denn das? du hast doch einen auf eigenes Recht ey und? komm du bist mit dem Zipper-Käler wer ist das denn? ein Sänger, was für ein Scheiß der kommt, du bist so richtig schlecht ey ich bliege mir nicht immer dagegen einfach super ich weiß nicht wie wir das riskant schaffen können dafür muss ich aber halt eine Opfer das bist jetzt du, lass dich einfach als Treffen wie? lass dich jetzt einfach als Treffen ja als Treffen mach mir sich gut hin ja aber du brauchst Feuer ja was? lass dich einfach als Treffen bis du dann noch ein Leben hast und du dann noch Feuerfähigkeit oder so ist so dumm ist so dumm ist so dumm das ist so das gibt noch einer wie soll ich denn sterben wie soll ich denn sterben wie soll ich denn sterben jetzt geht durch den vielleicht wer tot ne, bin tot ne, bin tot warte wird noch angezündet du bist dran ich schüsse ich bin tot die die meine Tanzmann ohne Mucke komm jetzt auch mal wieder mehr spielen das ist ein Oldschool Level Ach Kirby Warum denn? Das ist ja mal richtig geil oder? Das ist schon Hä? Das ist ja ziemlich kurz, glaube ich Stimmt Wollen wir jetzt ja nicht weitergehen Das ist ja mal richtig geil Das ist echt geil Für alle Retrofans Hä? Hm? Guck mal hier das Trink Bier Ja Da kam ich mal auf diese Scheiße da vorne Hm? Da kam ich da vorne auf diese Scheiße Ja, da kam ich mal auf die Uhr, Alter Ja, da kam ich mal auf die Uhr, Alter Ach so Okay Oh Gott, wir müssen sie sein Warte? Was? Wo ist der? Wer? Das ist ne Van Ach so Du Was bist du denn alt? Das für ein Typ Welcher Team heißt das bitte schön K1 Das meint du ja Ich weiß ja Ich weiß ja So Bro, ist der Alex hier so, ja Der Kro ist ein Jimmie Wollen wir mal Musik reden? Ich bin nur Fan von Techno-Base 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 Nein, Techno-Base ist geil Ja Also jetzt kommt der Last. Ich scherh, verschiedene Musikarten Komm doch, auch auf an was ich mach, was ich nicht mag ich mag was ah kennt ihr die Stage? aus Melee ja Melee nennt es denn oh so Masken nix ich warte bis zu der was macht da was gemacht wir machen immer real hier oh ist der aggressiv ey der kann ja voll dieselber trinken Joppum 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 ja das ist so eine Assiegerattacke komm her also wir müssen das schaffen das war unlogisch wir haben beide nur ein Kapelle ich denke auf dich scheiße oh 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 der verliert aber richtig wenig der verliert aber richtig wenig mhm du wichs du wichs aber sie ist schon am Ende des Spiels Joppum Joppum der ist ja mal voll gut geil wir müssen jetzt nochmal ein paar Powerkräfte holen Powerkräfte? wie sind wir denn? so bis gleich Leute dann sind wir wieder mit Powerups und jetzt gehts hier wieder zum König DDD so 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 ja ich hab Stein genommen weil keine Ahnung warum ich hab Tonadern genommen weil er hat gut gemacht ich bin sozusagen der sich da nichts macht ja der halt wartet der hat eher auf mich geht der Tank der Tank der Tank der Tank der Tank du sagst so nett an Leute manche hier ja jetzt hat er schon gelitten das war's mit dem Last Boss Leute das war's mit dem Last Boss Leute der kann nix mehr der ist in Flame der ist in Flame ne das geht weiter ne was ist der denn der würde das so weitergehen äh wir wollen weiter werden man das geht du darfst uns nicht weiter da hatten das ist noch ein wir diesen die machen sie alles nennen schafft sie als 2 oder wo er das passiert hier 3 1 4 1 nötig will der feste n des Prozent was was das ist es ist okay leute es ist ein der kann richtig was wenn wir nicht mehr er hat schon gleich nichts mehr hier ist ja richtig schlecht ist sehr ist sehr das ist nicht stark Baum was ein Lappen hier gleich mal wieder rumfliegen hier in den Mond das war's Leute jetzt gehen wir zu dem Mond jetzt habt ihr Böse wie bei Madrasmas ja was geht hier ab? ok Leute das war's noch nicht anscheinend das ist aber eine geil was ist das denn Lidl? keine Ahnung aber ich hab noch eine alle ausgehen jetzt ab so das sind ja deine Steine rabat boah das ist allah ein bisschen Magier hier Leute was können wir denn alles ach so kann ein bisschen springen und schießen und hier hier wo 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 er hat sich das so der Künstler er wird in den Blitz nicht genau und in den Schafen Wie kannst du denn so hoch hüpfen? Ja noch hoch drücken. Ach so. Immer wenn er seinen Finger raus will, kann man den glaube ich schaden machen. Ne, man kann den gar nicht schaden machen. Ich hab den ja in den Schaden gemacht. Jetzt kann man den schaden machen. Ja Leute, wie geht der? Was ist das für den Kopf oder so? Was ist das für den Kopf oder so? Was ist das für den Kopf oder so? Ja, keine Ahnung. Leute, ich würd sagen, den versuchen wir im nächsten Part. Warum? Mich hat's dann okay ewig zu warten. Dann wird das alles ab. Vielleicht nah kommt's. Vielleicht nur wenn er irgendwie diesen Tonack mal zeigt oder so. Keine Ahnung. Ja da, wenn er diese Hand öffnet, kann man das? Das weiß ich. Was ist das jetzt? Ja, ich hab ihn grad verletzt glaube ich. Nee. Nee, wenn das weiß ist, ne? Ja, sag ich ja. Wenn er denn zur Tonado zeigt. Das ist übel. Das ist echt stark. Auch wenn er es nicht so aussieht. Der hat es strauch. Am übelsten ist, kann man den Verletzten, der seine Hand zeigt. Das ist übel. Das ist echt stark. Am übelsten ist, kann man den Verletzten, der seine Hand zeigt. Aber das ist richtig übel irgendwie. Das ist richtig übel irgendwie. Alter Scheiße. Oh, ah ja. Okay, haben. Und irgendwie manchmal richtig viel, manchmal saugig. Ah. Oh, geil. Da war's ja rausgefunden. Da war's ja rausgefunden. Wenn das mal gekriegt, diesen Sprung, den Achtpunkt. Da geht der glöd. Alter, der ist so scheiße. Wer ist das denn? Da war's. Der ist ja wie Tabu. Das ist richtig übel. Wenn ihr wüsst, wer das sein soll, schreibt das mal bitte in die Kommission. Ich weiß nicht, wer das sein könnte. Dann kenn ich den nicht. Und vor allem, was will der. Das weiß aber, wie der funktioniert. War's. Hast du noch ein Kaffee, ne? Ich weiß. Ja. Ja, doch, guck mal, das wird's ein langer Part langsam. Aber egal. Wenn das jetzt nix wird, werd ich sagen, zeigen wir's den nächsten Part. Yo. Ich geh immer... Immer rechts.